ULTRA DELUXE-Content gibt es jetzt hier in der ULTRA DELUXE-VERSION, JUHU! Und damit kämen Leute was geht ab und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge vom Stanley Parable ULTRA DELUXE Wir haben es endlich geschafft in die ULTRA DELUXE-Version überhaupt rein zu sliden Und ja, an der Stelle geht es weiter mit neuem Content Aha, oh ja, wenn ihr die letzte Folge nicht gesehen habt schaut es euch auf jeden Fall an, war ziemlich witzig Das war's? Das war's? Vielleicht krieg ich das Achievement ja noch irgendwann Wenn er jetzt noch sagt, dass Twitter Elon Musk gehört, dann ist das Game durch, dann ist das Game Level weit über mir Ich kann trotzdem nicht springen Why don't we just reset the game And we'll try to get back to what the Stanley Parable is really about No frills, no gimmicks Just you and me, having a great time together, like always What do you say, friend? Eeeh! Oh! Das ist die Friend? Hey, wir sind auf jeden Fall... Psst! Stanley! Komm hier! In der Wendung! Ich will euch etwas zeigen! Weiß nicht, ob ich das sehen will Lass uns einfach mal straight up einfach erstmal weiter gehen Hä? Okay, es hat einen neuen Bereich genannt Okay, you remember how cheap and unsatisfying the new ultra-deluxe content turned out to be Well, it got me thinking about the past And how much better the Stanley Parable used to be So I made something special And tucked it away here where the game's developers won't find it Just our little secret Take a look I call it The Memory Zone It's where I've been storing all my favorite memories So I can relive the peak experiences of my life Whenever I want Experiences like the launch of the Stanley Parable on PC Kann man nicht raus? No Da... You see Stanley Doesn't the memory zone remind you of how wonderful Stanley Parable was Before it was solid with a cheap re-release Remember back in October Leute, das ist die Steam-Seite Back then, video games had integrity Back then, it all meant something I have keines dieser... Teile jemals zuvor gesehen Ach, ja 20.13 Uhr, das ist eine Lüge The original Remake Das ist auf Firefox Ah, wie cool Die Demo Wollte ich... Habe ich runtergeladen Wollte ich spielen Am direkten Mittwoch, 13 Uhr dann hochladen Also halt gestern 3... Ne, nicht gestern Warte mal, wann kommt das Video? Ich weiß es nicht Wollte ich direkt am Release Day hochladen Und danach dann das Original-Game Aber die Demo hat bei mir nicht funktioniert Ein bisschen weird Don't play for five years Ernsthaft, das sind Achievements? Ja, die Indie-Game-Awards Ja, die Indie-Game-Awards Ne, die sind alle 2014 Ja Ja Ich war... Mann, ich sag's euch, das sind Safe-Anspielungen an den ersten Teil Und ich kenn's ihn Ich werd den ersten Teil sowas von noch spielen Wir gehen gleich dahin Ja, ja, wir gehen dahin Bitte kein Copyright Die Stanley Parable Like this stunning triumph of Games-Journalism 10 out of 10 From Destructoid.com James Stephanie Sterling writes And I quote We're so many games that aspire to be more than games that end up less than any full doubt Stanley Parable strives And then succeeds to be every game ever created 10 from 10 We're Reddit-Zeugs Every game ever created That's how grand and all encompassing the original Stanley Parable was It was literally every game ever created It was Skyrim It was Persona 3 It was all of them And now It's nothing It's no games at all It isn't even the Stanley Parable anymore It's just a husk now A lifeless husk With an hour of new elevator content Sorry, kann ich nicht mehr? Immer Wollen nur gucken Kann ich auch nicht hin? Ich schau mir natürlich die Bilder an Ist doch klar Was ist die Minecraft? Ist das die Ultra Deluxe Version jetzt? Ähm Klar, Nostalgie Kicks gibt das schon Aber ob das jetzt das Stanley Parable ist, weiß ich nicht Twilight Adventure Boost Ähm Was? Ja, playing das Stanley Parable Das ist wahrscheinlich das Ding zum ersten Das ist Minecraft Was sind die zwei Türen? Das sind wahrscheinlich wir Das ist wahrscheinlich direkt aus den Dings heraus einfach ein Screenshot Ich liebe diese Entwickler The end is never the end Die rote blaue Tür Ich krieg Nostalgie Kicks von Sachen, die ich erst gestern erlebt hab Stanley Parable Hier ist ein bisschen closed Knöpfe, die sind wahrscheinlich alle aus dem ersten Teil Hier ist ein weiterer Passage Hier ist ein weiterer Passage This time von Gamespot.com Die Stanley Parable ist Both a richly stimulating commentary on the nature of choice in games And one that offers some of the most enjoyable, surprising and rewarding choices I've ever been confronted with in a game Nine out of ten Don't you get it, Stanley? The game was perfect It didn't need anything else It didn't need new content Ja, ist auch ein gutes Spiel Eine 4K UHD Version ist dann schon ein bisschen entspannter, würde ich sagen Zumindest für mich Gehts weiter? Vermute hier Hey, hier Uh Curious room These were simpler times Stanley But I wouldn't give to go back To have it all over again Wait, hang on I don't recall this part of the memory zone before What's this, what's down here? Oh no, oh god no Stanley, it's a collection of reviews from Steam The online video game distributor I haven't looked at these in years I can't even imagine what's been collecting down here They seeen eher schlecht aus Oh no Die haben hier ernsthaft echte Oh god Honestly, I could not Ah, okay The narrator is obnoxious and unfunny With his humor and dialogue proving to be more irritating than entertaining Unfunny Dieses Game ist Also wenn dieses Game, also wirklich legit Wer auch immer das geschrieben hat No Front, aber voll der Front Wie kannst du denn sowas schreiben? Das Game ist genial Hä? Was ist denn mit dem los? Wer auch immer das geschrieben hat Oben, weil Oben, weil Aber das Game ist bereits so ein densely layered Web Of profaner philosophischen Insights Da ich kann sogar nicht erinnern, wo ich die Raum habe, um sie zu schützen Weiß ich jetzt nicht, also ich würde nicht sagen, dass es unlustig ist Mir gefällt es sehr bis jetzt It's a nice little game Okay, let's see what this one says Ja Das ist laut Preachy? Stanley? I'm not preachy, am I? You can tell me if I'm preachy, honestly you can Oh goodness, this is actually quite shocking for me Das ist jemand, der ist deutsch Sag mal, was ist denn los mit dir? Sag mal, Nudelschaf Das kannst du doch nicht bringen, das ist ein super Game Der hat das safe nicht auf Englisch geschrieben Das sind auch nicht die Original Reviews Weil Original Reviews sind immer in Rechtschreibfehlern und so Aber das von einem Deutschen, von Nudelschaf Der sagt, es ist gut Ach, Mensch, Nudelschaf Da sind wir uns jetzt aber uneinig, du Stanley Parable ist ein gutes Spiel Also ich weiß nicht, wie das erste ist Aber ich finde das hier, das Das ist ein super Game Poki9 Das kann ja mal passieren Die runterfallen ist hier nicht Das Game nimmt alles ernst Ich will den Skip Button nicht pressen Ich denke, wir müssen Aber Und hier ist es Geh an und gib es einen Schuss Ich schreibe dich in Zeit So dass die zweite Meine incessenten Dronung dich beginnt zu spüren Mit nur dem Druck Einen Button Du hast direkt über die Ich will das nicht skippen Das ist, was die Spieler haben gefragt Und ich bin sehr stolz, dass sie es geliefert haben Keine mehr zu hören, zu mir ramblen Nein, 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 nein Die Stanley Parable ist ein Spiel für die Menschen Und wenn die Menschen Silenz wollen, dann Oh Gott, das ist das was sie bekommen Dann sitze auf, warte, um mich zu drehen Ich drück den nicht, ich drück den nicht, Leute Ich drück den nicht, Leute Pfff, nein Nein, 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 bis 245 Die Logik der Elimination funktioniert backwards Die Deduktion, therefore wird es nicht möglich zu produzieren Es ging auf ungefähr 10,000 Jahre bis heute hier und dort vor und zurück und nicht ein Moment vor dem Nachmittag Es kann nicht sein Es ist die einzige Sache, das ist Wie viele Billionen left, bis so viel mehr als lange ago Das ist warum ich sage Die Geschichte und die Rechte oder was auch und deshalb wird es und so weiter und so weiter bis wir alle bis zum Ende der Zeit bis zum Ende 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 Der wiederholt sich Wir haben zu viel und es kann noch nicht sein Nein, nein bis zum Ende 245 Ich skipp das Ich skipp das Ich skipp das Hallo Ja, ich habe es gemerkt Ja, ich habe es gemerkt Ja, keine Ahnung, also Ja Wie Ja 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 Wir können wieder skippen. Skippt nicht. Ich will mal den kompletten Dialog einmal drin haben. Vielleicht tut sich ja doch irgendwas. Aber ich weiß es nicht. Das würde ich auch sagen, ja. Du hast mich zurückgekehrt. Heavens, in diesem Fall, wir werden hier jeden Tag. Okay, schau. Ich habe eine Art und Weise für genau diese Situation. Und ich finde mich in dieser Situation frequent. Ich werde jede Wortmeldung sagen, zurück und zurück. In der Wiederholung, bis ich mich nicht von einer oder anderen bin. In dem Fall, die Wortmeldung, die ich nicht von mir nicht von, wird der Vektor. Es ist eine unverzügliche Strategie, Stanley. Sie hat mich aus dem Verzügelensten in vielen Situationen geschehen. Okay. Ja, los geht's. Zehn, neun, acht, sieben, sechs, fünf. Haha, well there, Sport. You really did catch me rambling on a bit, didn't you? But that's the power of the button. The minute I start to go off on a thoughtless display of self-absorption, it's right at your fingertips to go puff. And it's all over. Oh, I can't wait to see what Cookie 9 will say about this and whether they'll edit the rating of their... Wie gefronted muss ich Cookie 9 eigentlich fühlen, dass er einfach in diesem Game vorkommt, als Typ, den keiner mag. Steam Review, or at least change some of the words perhaps. To be honest, I don't even know if one can change their review in the first place. I guess I should become better educated. Ey, ich hab keinen Plan, wie das mit Rezession ist bei Steam. Perhaps that would have been the smart thing to check on before I went about this whole exercise of making the skip button. Although I have to imagine, that after seeing this exciting new technology at work, surely whoever it is runs Steam, will instantly run out and implement a new feature, to make it possible to edit one's review, merely because of this very situation. Yes, I think that's quite likely. Or perhaps, they'll simply grab this particular user's ability to change their review, so that the feature is not widely abused. Look, I would even be okay with Steam altering this particular review, so that it reads as something more beneficial. Something along the lines of, this game is the best game. Game? Ja. Let me start over. How about this? From the ashes of depravity rises the phoenix of quality. How else to describe the Stanley Parable Ultra Deluxe? Such a revolutionary step forward in the lineage of one of the most beloved video game properties of all time. Ähm, an der Stelle möchte ich mal ein bisschen dazu äußern. Den Dialog hätte man aber auch ein bisschen kürzer machen können. Ihr glaubt nicht, wie sehr ich das verlangen habe, diesen Dialog zu skippen. Aber ich bin mir sicher, an irgendeinem Punkt sagt ihr vielleicht irgendwas Wichtiges, was noch relevant ist. Aber genau dann skippe ich. Deswegen warte ich immer jetzt bis zum Ende. Einfach damit ich mir sicher sein kann. Legit, wenn ich das Spiel so als eigenes betrachte, ist das Spiel gameplaytechnisch langweilig. Aber es ist exciting, es ist aufregend, es macht Spaß so neue Wege zu erkunden. Aber mein Fazit kann ich erst am Schluss geben. Jetzt, Stanley, das ist eine Revision. Es ist perfekt. Es ist die perfekte Revision. Es ist die Revision, die ich immer träumte, um zu bekommen. Ja. Ich muss es wieder lesen. Es ist einfach zu wunderbar. Ich muss es erleben. Ich muss es erleben. Okay, willkommen zurück, Stanley. Ich sollte sagen, dass die Menge Zeit, die die Kantein überrascht hat, wird länger und länger geworden. Das letzte war, ich will sagen, vielleicht 30, 45 Minuten. Es ist nicht unendurchbar, aber es ist... Es ist wirklich nur so viel, dass ich mich selbst überrascht habe. Ich weiß, es ist schockierend, nicht wahr? Aber auf jeden Fall, ich sage, dass wir nicht die Kantein wiederholen. Ich denke, dass der Kantein aufgerichtet wurde, und wir können es dir lieblich sagen, und nur... Warte, wie sind wir hier raus? Wo ging die Tür? War da eine Tür, die in diese Kantein kam? Ich fühle mich ziemlich sicher, dass es hier war, bevor. Wie haben wir in die Kantein kamen, in die Kantein kamen? Ich glaube nicht, dass man ein Zimmer ohne eine Tür, oder eine Tür, oder eine Tür, oder so etwas wie das. Siehst du eine Tür irgendwo? Ein Kantein, ein sehr großartiges Kantein in der Wand. Das ist alles, was es ist. Ich wollte es, um uns zu gehen, und zu... Bitte stecken aus dem Schiff-Button, um zu irgendeinem anderen zu gehen, als das Schiff-Button. Es gab eine Tür hier, nicht wahr? Ich versuche es, es gab es. Wo ging es? Kannst du vielleicht... Ja... 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 Ja, ich warte noch kurz. Komm ich zu Wort? Das ist ja mal was ganz Neues in dem Spiel. Wir drücken den Skip-Button spätestens in, weiß ich nicht, paar Sekunden. Ich hasse diese Warterei. Ich bin mir sicher, ihr vor dem Bildschirm wollt auch nicht die ganze Zeit hier zugucken, wie ich hier rumsitze. Deswegen drücke ich den Skip-Button. Den Skip-Button. Stanley, 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 please don't push the button again. It's been 12 hours. You've just been frozen there. I don't know why the skips are getting longer, but they're really, truly getting longer. And my God, there's no way out of the room. Stanley, the door is gone. It's completely gone. Sag bloß. Ich will nochmal kurz gucken. I have no idea what will happen. I have no idea how long I'll be made to sit here. And more than anything else, I don't know how to stop you from pressing the button again. I can't control anything in this room, Stanley. I can't touch it. Ich werde ihn wieder drücken. Das ist bisher die längste Story, glaube ich, die wir hatten, so allgemein. But then again, why would you? I've been thinking and thinking, and I don't know what I can do to convince you otherwise. Oh, my God. And it's all because of those reviews. Those reviews that I couldn't get out of my head. I just couldn't ignore the negative feedback. Why was it so important for me to fix the problem? Why did Cookie Nine's opinion matter so much to me? I've never even met Cookie Nine. I have no idea who they are. What would it ever really matter? But here I am. I'm fixating on every tiny negative thing that anyone ever says about me. The merest mention of one of my imperfections, and I become as impetulant as a child. Wild and impulsive. I can't help myself. I can't stop myself from lashing out with a vengeful fury. To alter and to change and to break anything unbroken. If only pleases this one person, who made a single negative comment. What does such an impulse serve? For whose benefit is this? And here I... Oh, Stanley. You're back. You're back. Oh, my goodness. I have someone to talk to you again. Stanley, I... I think it's been a week. Or two weeks. I've been sitting here all that time. Just sitting here. You're a single person to speak with. And you think that that's just how it's always been, right? Also, we werden ihn wieder drücken, natürlich. Aber ich find's krass, wie die Story sich so aufbaut. Doesn't that feel like what we've already been doing? Me just talking? But it isn't Stanley. It isn't the same at all. It isn't even close. Because I know you can't hear me once you push that button. That's what I'm realizing now, Stanley. I'm realizing that I needed to know that someone was listening. I needed there to be a vessel through which my words were moving. It was the vessel I needed, Stanley. Not the outcomes, not the story. None of... Give again. Oh, hello. It's you. You're here again. Welcome. I have had time to think about you and about us and about everything we've been through. I've had so much time. I stopped keeping track after a year. Have you ever sat down in one place and not moved for one entire year? Let me describe it for you. To begin with, there is only regret. There is only the turning wheel of missed opportunities. Okay. I felt nothing at all, but when I was told, I was told to talk about it. It's not me like. I think it's sometimes good, just 10 minutes just sitting there, nothing to do with me. And when that feeling was done, just sitting there and sitting there and thinking. I think it's always good and... I know it's not. I'm not a man, who could do that. I'm a man, who could do that. I'm a man, who's always doing a single instrument. And when that feeling was done, it could seem... And that's clearly... ...so... ...we could do that. It was an impossibly rich wellspring of both the... ...skip I that Ganze. Hallo? Ähm. Hallo? Skip. Ich skip einfach wieder. Geräusch dich Das ist das unangenehmste Geräusch Ich bin entertained Ich frage mich in welcher Zeitlinie wir feststecken Das Ende ist nie das Ende Das Ende ist nie das Ende Sounds like water Yes it is Frag mich ob wir Oh Dann würde ich sagen War ein Rohrbruch Ich frage mich wie weit das noch geht Lass mich hier raus Es gibt dann einfach Oh Oh können wir Nein Da ist ein Baum Wir gehen weiter Oh Ich dachte es wird jetzt ein bisschen schöner Aber Unangenehm Und es geht so lange Right here Oh 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 unangenehm Also das Das war geplant Ich hoffe dass die Musikerlefer kein Copyright hat Ich bin so tot Ist hier ein Ziel 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 Wo muss ich hin 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 Oh es verschwimmt langsam Okay Es lädt Wie viele Enten wollt ihr Kraus 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 Ja Und sie haben sogar noch ein Ende eingeführt Und zwar genau jetzt und hier Wenn euch das ganze gefallen hat Zeigt es gerne mit einer Super Dupi Dupi Tollen Ja Lasst einfach Like da Ich Geh dann Ich Untertitelung des ZDF, 2020